Weiter geht's mit Corekeeper. Und ich war mal wieder zwei Tage lang nicht auf dem Server. Und das erste, was mir auffällt, ist, dass die Kuh irgendwie aus dem Gehege entkommen ist. Ich hab keinen Plan, wie sie das angestellt hat, aber mithilfe der Liner hat sie das Problem auch schnell wieder gelöst gehabt. Zum Glück, denn ich hatte etwas unter Zeitdruck. Für heute sind nämlich mal wieder drei weitere Bosse geplant. Eigentlich bin ich dafür noch gar nicht richtig ausgerüstet, aber egal. Die anderen werden mich da schon irgendwie durchcarryen. Immerhin habe ich hier aber noch ein bisschen altes Buffwood rumliegen und auch noch etwas Milch. Das durfte schon mal ein klein wenig helfen. Damit wollte ich dann auch direkt zum Spawn aufbrechen, musste aber feststellen, dass sich mein Ausgang etwas verändert hat. Also hab ich auch nochmal schnell am Kartentisch vorbeigeschaut, um schon mal die Karte zu aktualisieren. Wirklich viel Zeit mir alles anzugucken hatte ich aber nicht, denn die anderen waren mittlerweile auch schon da und wollten los zum Boss. Am Spawn hab ich dann auch nochmal einen Nanai getroffen, der mir ja schon in aller vorletzten Folge einen Teil der Fischerrüstung gegeben hatte. Und diesmal hatte er sogar noch den Rest dabei. Jetzt hab ich das komplette Fünfer-Set ohne auch nur ein einziges Mal geangelt zu haben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich werde das Fishing-Set leider auch noch ausgiebig benutzen. Jetzt geht's aber erstmal zum Boss. Als erstes auf dem Plan stand Ivy, der giftige Großschleim aus dem Arceus-Biom. Auch nachdem wir alle unseren Spawn-Pan gesetzt hatten, wollten wir noch schnell etwas die Arena ausbauen. Allerdings hat das Ganze nicht so gut geklappt, da ein kleiner Schleim direkt den ersten von uns umgelegt hatte und dann auch noch Ivy von einem Querschläger-Fall getroffen worden ist. Was ihn etwas sauer gemacht hat. Also fing der Kampf frühzeitig an. Da er aber genau wie der letzte Schleimboss hin und her springt, ist das Schild natürlich auch wieder ziemlich OP gegen ihn. Aber nur so lange, bis die anderen Schleime mit angreifen. Oh Gott, gut, dass es geparriert wurde. Tja, das war knapp, der macht echt viel Damage. Und wegen dem Gift-Effekt regeneriere ich auch so gut wie gar kein Leben. Aber da wieder ununterbrochen 6 Leute mit Zauberstäben auf ihn einschossen, haben wir es auch endlich mal geschafft, ihn in seine zweite Phase zu treiben. Viel ändern tut sich da aber eigentlich nicht. Er wird nur etwas schneller und schießt öfter seinen Gift-Schleim umher. Aber vor allem diese ganzen kleinen Schleime haben die Sache ordentlich schwieriger gemacht. Aber da wir immer gleich um die Ecke spawnen, haben wir es auch irgendwann geschafft, ihn zu besiegen. Und da hat man wieder einige coole neue Sachen gedroppt. Äh, glaube ich zumindest. Wow, neue coole Sachen. Maske, das Korrupten, weg, das. Und weg. Und, okay, auch weg. Aber das sah eh nach nichts aus, was für mich interessant ist. Aber, damit jeder was bekommt, haben wir ihn auch etwas weiter abgefarmt. Immerhin haben wir es ja schon einmal geschafft, ihn zu besiegen. Da sollten die nächsten Kämpfe ja wohl auch kein Problem sein. Oder? Na ja, das lief jetzt nicht optimal, aber immer nahmen jetzt alle, was sie wollten. Also können wir zum nächsten Boss übergehen, den Schleimkönig. Der sollte aber eigentlich um einiges einfacher sein. Was ja auch war. Wirklich mit Ivy hat er fast gar kein Damage gemacht. Die kleinen Schleime allerdings haben wieder ordentlich reingehauen. Und haben neuerdings jetzt auch einen Range-Angriff dazu bekommen. Aber, wie auch schon Ivy, hatte der Königstein keine Chance gegen unsere Überzahl. Auch, wenn es am Ende hin für mich doch etwas knapp geworden ist. Da werde ich mal so lauf mit dem neuen HP. Aber natürlich haben wir auch ihn noch ein paar Mal abgefarmt. Da er aber immer nur die gleichen Sachen gedroppt hat, haben wir unsere Betten geschnappt, unsere Ausrüstung repariert und sind zu dem Himmelszitanen Arceus weitergegangen. Wo dann Nye auch schon eine coole Arena für uns vorbereitet hatte. Oha, Alter. Die Porte sieht richtig cool aus. Ja, ich hab ein bisschen gepastelt. Wie gesagt, kann sie hier noch ein Pharma so gut. Und natürlich am Bett da unten in der Truhe sind halt für die Nahkampf-Dinger da, äh, Drama-Futter drin. Ich passe hier ins Bett drin. Oh ja. Aber die Pudding sind nicht schlecht. Ich hab noch keine goldenen Pflanzen, daher bringe ich mir relativ viel. Dann nimm welche verarbeitet? Nicht im Gelb. Ich komm nicht ins Bett rein. Das meine ich. Das hab ich ja gleich gebaut. Mein Bett ist Dreck. Nach dem kleinen Problem mit den Betten konnten wir aber endlich unseren Kampf gegen den ersten von drei Titanen starten. Arceus ist ein riesiger Vogel, der als Angriffe Blitze beschwört, die durch die ganze Arena fliegen und alles in ihren Weg vernichten. Achso, ihm beschwört er noch Kristalle, die ihn sehr schnell heilen, wenn man sie nicht rechtzeitig zerstört. Aber ich denke, wir sind ganz gut auf diesen Kampf vorbereitet. Ja, okay, dann. Let's go, würde ich sagen. Ja, mach. Ach, der sieht gleich los. Der macht doch keine Faxen, oder? Oha. Der macht schon Faxen, oder? Die Animation gellert. Boden ist weg. Schade. Die Blitze sind neu. Ja, die sehen anders aus. Die sehen aber auch besser aus als vorher. Die lecken die so rum, oder? Das kann doch sein. Viel besser aus. Ja, die trefft auch eigentlich so sehr wohl mal dazwischen. Ja, nicht alle. Boah, der spawnt ja viel mehr von denen, wenn man zu viele Leute ist. Ja, ja, weil wir zu viele suchen, ne? Ich hab' den geschickt wieder. Cool. Wir haben durch die Blitze durchgelaufen. Ich hab' aber kein Damage gekriegt. High Ping Advantage. Boah, der ist ja fast dauernd. Ja. Und wir nehmen die nicht ziemlich auseinander. Läuft nicht schlecht, ja? Ich hab's mal. Also, die Schlemmung jetzt... Die Schlemmung wird die Schlemmung jetzt klimmer. Ja. Ja. Ja, das ist so ein Börsling. Einfach weiter drauf, Federn. Ja. Ja, easy. Jawoll. Ja, schön. Oh, da hat aber ne Menge gekloppt. Oh, was ist denn hier zu passieren? Das ist die Feder. Die wolltest du doch, oder? Nee. Ich mag Feder. Achso, wie lange haben wir einen Kuh noch? Ach stimmt, das hab ich auch komplett vergessen. Zehn Minuten, denk ich. Also, ich meinte, es ist zehn Minuten, war es. Leider. Ich fände es eigentlich, also, es wäre jetzt auch nicht ein Problem, wenn man die genauso wie die Slime einfach die ganze Zeit machen könnte. Ja. Schade. Ja, die Seele haben wir jetzt auch erhalten. Ja, endlich wieder die Basis auseinandernehmen. Ja, dann geh ich halt schnell zurück und holen wir noch ein bisschen Essen, dass ich noch mehr schaffe. Da hab ich auch nichts dagegen. Und somit endete der Kampf gegen den ersten Zitanen. Als Belohnung haben wir wieder eine Kiste voll mit Loot bekommen, wo für mich allerdings wieder nichts Interessantes mit dabei war. Und seine Seele. Die bespürt bei kritischen Nachhauftreffern zu 10% einen Blitz, der gegen einen Schaden zufügt. Allerdings zerstattet Blitze auch Blöcke, weswegen ich die meistens deaktiviert habe, damit ich nicht aufzusehen irgendeine Basis vernichte. Aber jetzt, wo wir Arzus besiegt haben, können wir auch endlich in das von allen geliebte Meeresbiom gehen. Das erste Mal gestorben. Ich rede davon, dass ich nicht... Typisch. Ich sehe die Tentakel nicht, die sind außerhalb meines Bildschirms. Das ist doch so nervig. Noch ein Grund, warum ich hier niemals wieder bauen werde. Die Tentaken finde ich aber sowieso einfach aus dem Mies am Nervig. Aber auch ich bin relativ schnell Opfer des neuen gebufften Rutscheffektes gewonnen. Oh oh. Irgendwie, der Schleim ist ja viel schlimmer geworden, dieser Rutscheffekt. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Vielleicht dann so tot. Zum Glück wurde der Rutsche-Debuff mittlerweile aber schon etwas genervt und es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe mir also mal einen Grabstein geschnappt und bin dann mal etwas das neue Erz aus dem Meeresbiom fahren gegangen. Auch der Rienerz brauchen wir jetzt nämlich für alles. Um unsere Werklinke abzugrainen, für neue Buffen, für neue Rüstungen und auch für die Portale. Nach einer Weile bin ich dann auch auf Jürgen gestoßen und wir haben die Erkundung zusammen fortgesetzt. Etwas tiefer im Biom habe ich dann eine kleine Fischeinsel gefunden, wo ich praktischerweise sogar ein Boot klauen konnte. Jetzt musste ich dafür keine Ressourcen mehr ausgeben. Allerdings war das aber auch nur das einfache Boot und deswegen sehr langsam und hat sie auch sehr schlecht denken lassen. Aber trotzdem sehr praktisch. Da Jürgen aber gerade kein Boot dabei hatte, haben uns erstmal mit Brücken weiter vorangebaut und direkt den Wirbelring gefunden. Eins der Unique-Items, die man nur einmal pro Welt bekommen kann. Das ist somit jetzt also auch für alle freigeschaltet und wird später für jeden am Spawnerheadlich sein. Leider musste ich die Erkundung dann kurz alleine fortsetzen, da Jürgen einen kleinen Unfall hatte und bin dann auf einen Wasserdungeon gestoßen. Dort kann man einige starke neue Sachen bekommen, zum Beispiel die Anke-Axt aus Truhen oder das Wächterschild von diesem lebendigen Statuen. Leider hatte ich aber kein Glück, aber immerhin war Jürgen wieder da und habe mich am Kampf unterstützt. Einer der gelehrten Käflinge hat dann auch seinen Zauberstab gedroppt, der direkt Jürgens alten Zauberstab ersetzt hat. Leider hatten wir aber keine Chance, den neuen Stab auszuprobieren. Ja, haufenweise Magier. Nein, warst du gewonnen, Schottet? Ja. Wtf? Ich habe gerade mal 439 Leben. Hast du dir die Sachen aus dem Spawn genommen, aus der Spawnkiste? Das habe ich schon genau gegessen. Ich habe dann auch noch so einen gelehrten Stab bekommen. Der macht das schon mehr Schein als der Arcane-Stab, greift aber auch deutlich langsamer an und verbraucht auch mehr Mana. Ich glaube, da bleibe ich lieber vorerst noch bei dem Arcane-Stab. Bis auf den Turquoise-Halsreif gab es aber nichts mehr brauchbares in dem Dungeon. Also wir sind wir erstmal weitergezogen. Dann haben wir noch ein paar weitere Octorienerze gefarmt. Und dabei wird auch relativ schnell auf den nächsten Dungeon gestoßen. Oh nein, oh nein. Habe ich wahre Erinnerungen von davon? Junge, ich brauche mal. Dann kommt der auch schon wieder. Kann nicht mehr viel haben eigentlich. Zwei Haaren. Okay, ich habe irgendwas gefunden. Überschreibungstranskript. Einzigartige Fertigungskomponente. Die Grafik auf dieser blauen Kristallplatte zeigt eine Identität, die die... Oh, das ist ein Teil, was wir brauchen. Das ist der Bogen, glaube ich. Du hast einen Teil vom Bogen gefunden. Von Phantomen gefunden. Ah, okay. Das ist nicht schlecht. Ja, wunderbar, dass das Ding dann noch so richtig ist. Ja. Eiße. Dann markiere den gleich auf der Karte. Wir wissen, über welcher Koordinate das ist. Nein, jo. Wir müssen nämlich noch zwei weitere von diesen großen Tempeln finden. Dann können wir uns den Bogen schon herstellen. Wir hatten aber leider nicht so viel Glück wie in der Nei. Denn unser Dungeon war relativ unspektakulär. Tja. Aber das war es hier drin. Wir hatten kein Glück mit der Kammer. Na gut, wir haben noch in der Mitte eine ganze Menge. Was wir mich erkundet haben. Oder es sei denn, du warst da schon. Bis jetzt noch nicht. Kann man da noch hingucken, aber für den Bogen sind wir auch schon viel zu weit weg. Der Sport nicht so weit weg, glaube ich. Und Dungeon ist dafür auch zu klein. Hier ist noch ein Oktarienhammer. Und ein Ring. Maximal Gesundheit plus den Ausweichen. War das schon ein Hammer, ne? Ja. Na gut, das ist nur die Frage. Das kann ich hier noch weghauen. Na, haben wir schon mal mit? Brauchst du den Ring? Kannst du gerne nehmen. Okay. Du musst nur kurz überlegen. Was kann weg? Na, was sagst du? Wir machen erstmal einen Abgang wieder? Können wir machen. Hast du Rückrufsteine? Leider einen. Dann würde ich sagen, holen wir deine Betten ab, damit du die hast. Dann gebe ich dir einen Rückrufsteine und den holen wir ab. Schon mal ein bisschen was einschmelzen. Im Metat mal lernen. Das ist eine gute Idee. So, dann schraub ich dir hier mal ein Steinchen. Oh ja, das war schön. Was war nicht dafür weg? Ähm. Keine Ahnung. Schraub dir auf jeden Fall erstmal deine Betten, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Betten können wir hier lassen, oder? Falls wir hier sterben sollten. Wir können sie auch hier lassen, ja. Dann ab nach Hause. Zurück an der Basis habe ich dann erstmal das ganze Okterin in den Ofen geschmissen und es im Metat ausgeleert. Allerdings wurde meine Basis langsam etwas zu klein und gefiel mir vom Aussehen her auch nicht mehr so gut. Also, dann war es mal an der Zeit, das Design und die Größe etwas anzupassen. Als erstes wollte ich aber nochmal große Truhen haben. Also, dann habe ich mir mein ganz unnötiges Essen geschnappt, erst beim Händler verkauft und dann dreimal den ersten Boss besiegt, um mir seine Truhen zu schnappen. Und dann ging es los mit dem Umbau. Und da sich einmal wieder Zeitreffer gewünscht wurden, gibt es jetzt das ganze Umbauprojekt einmal als große Timelapse zusammengefasst. Viel Spaß! Musik 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 So, hat ordentlich gedauert. Musik 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 Musik